Mein Name ist Christian Holzer, ich bin Work-Life-Balance-Unternehmensberater und Karriereentwickler. Ich beschäftige mich seit längerer Zeit mit modernen Arbeitswelten und diese modernen Arbeitswelten werden heutzutage zunehmend als Lebenswelten gesehen. Warum ist das für Unternehmen wichtig und entscheidend? Die Zufriedenheit der Führungskräfte und der Mitarbeiter hängt eben sehr stark mit gelungenen Lebenswelten zusammen. Das heißt, wenn Unternehmen in der Lage sind, ihnen Sinn und Persönlichkeitsentwicklung und Entfaltung zu bieten, dann ist die Leistungsfähigkeit hoch und dann ist die Unternehmenskultur und die Stimmung im Unternehmen sehr gut. Wenn sie das haben als Unternehmen, dann setzen wir das in entsprechender Weise in Szene. Uns ist dabei wichtig, dass die Echtheit und die Authentizität, also was das Unternehmen wirklich ausmacht, entsprechend rüberkommt. Dabei arbeiten wir strategisch mit den Geschäftsführungen. Wohin will man mit der Arbeitgebermarke? Was möchte man erreichen? Und wir arbeiten dann sehr stark mit den Personen, die im Unternehmen selbst arbeiten, indem wir mit den Leuten Gespräche führen, was denn tatsächlich wirklich echt das Unternehmen ausmacht. Denn nur in dieser Echtheit und in dieser Authentizität kommt dann das Unternehmen richtig gut rüber. Also, wenn sie wollen, dass Personal langfristig im Unternehmen bleibt, wenn sie wollen, dass gutes Personal in ihr attraktives Unternehmen kommt und wenn sie wollen, dass das auch den Kunden gefällt, dann können wir ihnen dabei helfen, diese Attraktivität in Szene zu setzen.